Topf Guka TV empfiehlt. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuschauer. Wieder geht es an die Weihnachtszeit heran. Und ich, Frank Kliemann aus dem Hotel Zerlinde, habe wieder ein Rezept vorbereitet. Wieder was vom Geflügel, wieder was Gefülltes. Wieder aus der Zeit meiner Lehre, aber doch etwas anders, vielleicht auch etwas einfacher. Ja, und wie das zubereitet wird, das sehen Sie jetzt in meinem Rezept. Lecker gefüllte Hähnchenkeule. Lassen Sie sich überraschen. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfguka-tv.de www.topfguka-tv.de